Das Vasken-Sakis-Jahn-Republikanische Stadion ist ein Fußballstadion in der armenischen Stadt Jerewan. Der Fußballverein FC Ulysses Jerewan bestreitet ihre Heimspiele in diesem Stadion. Geschichte Der Bau des Stadions begann im Jahr 1935 und wurde ein Jahr später eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es weiter ausgebaut. Der ursprüngliche Name lautete Dynamo-Stadion. Nach der Unabhängigkeit Armeniens wurde es in Hanra-Peter-Kahn-Stadion, DT, republikanisches Stadion, umbenannt. Nach dem Tod von Vasken-Sakis-Jahn im Jahr 1999 wurde ihm zu Ehren das Stadion benannt. Das Stadion fasst 14.968 Zuschauer. Die heimischen Vereine FC P. Junik Jerewan und FC Ulysses Jerewan und auch die armenische Fußballnationalmannschaft tragen ihre Spiele dort aus. 1995 wurden die ersten Renovierungen getätigt. Mit finanzieller Unterstützung der UEFA kostete dies 3 Millionen Dollar und im Jahr 2000 waren die Renovierungen abgeschlossen. 2008 erweiterte man das Stadion mit einer moderneren Spielfläche und Wittbereich, um die Stadionrichtlinien der UEFA zu erfüllen. 20 Sekunden 20 Sekunden 20 Sekunden Vielen Dank.